Hallo Leute, ja, heute mal mit einem etwas ungewöhnlichen Video und zwar mit einem kleinen Hilferuf. Und zwar, wenn ich meine Playstation 3 einschalte und ich sie dann starte, dann habe ich immer das Problem, dass wenn ich ein Spiel starte, sich, ja quasi das Spiel erstmal ganz normal kurz startet, aber sich dann nach wenigen Sekunden aufhängt. Ich zeige euch das Ganze mal. Das Laufwerk macht auch etwas merkwürdige Geräusche, teilweise. Ich mache jetzt mal das Spiel an, in dem Fall L-I-No-A. Eventuell hört man das Geräusch. Wut, wut, wut geht es die ganze Zeit. Wut, wut, wut geht es die ganze Zeit. Und an der Stelle war es das Ganze. Die komplette Konsole freest. Ich kann nichts machen und ja, eventuell ist das Problem bei euch irgendwie bekannt. Ich habe dazu jetzt nichts direkt im Internet gefunden. Zumindest, es gab ein paar Lösungsvorschläge, aber keiner davon, von den Vorschlägen hat wirklich funktioniert. Von daher, vielleicht weiß ja eventuell von euch einer, was das Problem sein könnte. Ich hoffe es, weil, ja. Ich habe die Konsole gebraucht, gekauft und ja, eventuell ist die Festplatte im Eimer, ich weiß es nicht. Dann baue ich halt eine neue ein, muss dann das System neu drauf installieren. Wäre so eine Idee von mir, aber die Festplatte macht jetzt irgendwie so bei der Installation irgendwie keine Anzeichen, dass da irgendwas kaputt ist. Das ging normal schnell, wie es halt bei einer Playstation 3 halt normalerweise ging, ging, beziehungsweise geht. Und ja, das Laufwerk macht halt manchmal ja so komische Geräusche. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber ich denke mal bei der Installation eventuell schon. Ich hatte zwar damals schon mal eine Playstation 3, aber da habe ich das jetzt nicht in Erinnerung. Aber eventuell kann mir da einer von euch helfen. Falls ja, dann bedanke ich mich jetzt schon mal im Voraus. Und ja, dann bedanke ich mich jetzt.